Wir haben gewonnen, Anna Gagné! Herr Heckli, was bedeutet für die Schwulen, Lesben und Bisexuellen in der Schweiz das doch sehr deutliche Ergebnis heute? Es ist sehr schön, dass das Resultat auch so deutlich herausgekommen ist. Es freut mich wahnsinnig. Und es zeigt ganz klar, dass sich die Schweizer Bevölkerung gegen Homophobie wehrt und dass sie für Akzeptanz für Lesben, Schwulen und Bisexuellen einsteht. Das Gesetz ist jetzt durchgekommen, trotzdem braucht es auch eine Umsetzung. Natürlich, die Umsetzung ist uns ganz wichtig. Wir werden schauen, dass wir einst die Polizei, aber auch die Staatsanwaltschaften wirklich darauf sensibilisieren, dass sie das auch wirklich gut umsetzen werden. Wir werden aber auch dafür sorgen müssen, dass die statistische Erfassung von den Hate Crimes endlich vorangeht und dass auch die Prävention verbessert wird. Es darf eigentlich gar nicht passieren, dass es so weit kommt, dass wir angegriffen werden. Sehen Sie das Resultat auch ein bisschen als Wandel? Es wird in nächster Zeit weitere Abstimmungen geben, zum Beispiel die Ehe für alle. Spüren Sie da einen Gesinnungswandel in der Bevölkerung? Ja, ich glaube, das Signal ist sehr deutlich von der Bevölkerung. Und ich schaue noch optimistisch auf die nächsten Abstimmungen. Die Ehe für alle steht in den Startlöchern. Da ist es uns ein wahnsinnig grosses Anliegen, dass wir wirklich auch die Absicherung der Familie und die Absicherung der Kinder drinnen haben. Das muss wirklich eine tatsächliche Gleichstellung mit dieser Ehe für alle passieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017